Ein alter Salm. Nur über meine Leiche. Hör zu. Das ist der Plan. Siehst du, du bist alt und lahm und brauchst dringend Hilfe. Ich alt? Du bist älter, du blöde Kuh. Ein Jahr, ein ganzes Jahr. Wichtig ist, dass du lahm bist und keiner auf den Gedanken kommt, dich hier zu suchen. Was ist mit mir? Du bist blind. Ich kann nicht blind sein, ich bin doch hellsichtig. Ein Gebrechen für jeden. Und ich bin ein bisschen dement. Ich versteh nicht, warum ich die blödeste Behinderung krieg. Warum hast du das zu bestimmen? Und was ist lustiger? Willst du blind sein oder sklerotisch? Ah je. Warum nicht etwas, das mir wirklich fehlt? Und was? Ich hab keine Gallenblase. Na meinetwegen, damit bist du ganz eindeutig invalide. Also gehen wir.